Genau. Und wenn er mir noch nicht zuhört, dann arbeite ich da dran, hör mir zu. Genau. Jetzt sagt er schon los. Wirf du Sau. Klasse. Wow. Jedes Mal auf den Punkt. Muss ich ihm erstmal wieder was geben? Jetzt lässt er Kontrolle zu. Jetzt ist sein Kopf da bei der Aufgabe. Ein Limo. Sein. Okay. Wir können Lüge, die wir da haben, neigen, dass man das hier nicht zuhört. Ich trete sie. Dann muss ich unterbrechen. Ja, das ist auch so. Ja, man bewegt sich zwar auch mal, aber wenn so zweimal so ein Dummy hinterher ist, dann reicht es. Ja. Es kommen ja auch wieder andere Zeiten, wo ich wieder ein bisschen vieler bin. Ich werde auch wieder. Ich merke mich, dass jemand. Das ist einfach so. Dafür haben wir mit den kurzhaarigen Hunden einen Nachteil, wenn es kalt ist. Ja. 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 Ja.